guten morgen leider nicht also mir geht es seit zwei tagen nicht so gut ich habe grippe deswegen fällt jetzt auch heute abend der live talk aus und ja wir werden sich dann wundern warum ich dann die letzten zwei tage im video habe aber die mich ja schon länger verfolgen wissen dass ich immer so fünf sechs videos auf halde habe dass wenn ich mal weg fahre oder oder wenn ich eben mal krank bin dass ich eben ja trotzdem jeden tag ein video veröffentlichen und deswegen kommen auch jetzt die nächsten tage noch im video es kann allerdings sein dass ab sonntag oder sowas aber sich genau nach geguckt ja so denn es mir nicht besser geht keine videos erst mal kommen bis ich ja wieder genesen bin mir ziemlich erwischt richtig schön grippe also volles programm aber naja was mich nicht umbringt macht mich stärker ich wollte ich bloß bescheid geben falls es zum live talk kommt dass es heute eben nicht stattfindet ansonsten ich habe mein pet hier im bett und wenn die kommentare zu den videos macht da tue ich mich meistens ein zwei mal am tag durch auch die kommentare noch beantworten aber vielleicht nicht mit der ganz mit dem ganz großen elan wie es vielleicht gewohnt seid aber einfach um zu zeigen dass ich da bin und wünsche euch nur das beste und ja macht's gut